Hallo Horst Hüttl, sportlicher Leiter, Skisprung und nordische Kombination. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Tja, die nordischen Kombinierer, große Erfolgsgeschichte in der vergangenen Saison. Vor allem mit Erik Frenzel natürlich, Olympiasieger, Gesamt-Weltcup-Sieger, aber auch Olympia Silber natürlich mit dem Team. Ein Johannes Ritschek hat gerade im Sommer gezeigt, dass immer mit ihm zu rechnen ist. Wie ist denn der Status quo in der Mannschaft jetzt kurz vorm Weltcup-Start? Ja, sehr gut würde ich sagen. Also die Athleten waren jetzt in Schnalztal noch einmal zum Training. Wir haben eine sehr intensive Sommerperiode erlebt mit dem Sommer Grand Prix, wo wir auch komplett durchgestartet sind in Oberwiesenthal, in Villach und in Oberstdorf, dann im Finale, haben dort einen Dreifach-Sieg gelandet in der Gesamtwertung mit dem zwei genannten Plus an Björn Kircheisen, der vor allem heuer springerisch im Sommer sich in einer sehr guten Form gezeigt hat. Also ich denke, das Trainerteam ist ziemlich optimistisch, was den Wintereinstieg angeht in Cusamo. Im Moment sind auch alle gesund. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Wir sind eigentlich froh und mutig, dass wir den Weg, den wir in den letzten Jahren so eingeschlagen haben, auch weitergehen können. Inwieweit kann man denn die Ergebnisse vom Sommer auch auf den Winter dann prophezeien? Inwieweit hängt das zusammen? Naja, in den letzten Jahren ist es schon gelungen, nicht nur uns, auch anderen Nationen mit den Norwegen oder mit den Franzosen, die Sommerleistungen relativ konstant auch auf den Winter zu übertragen. Wir haben die Wettkämpfe aus dem Training heraus bestritten. Wir haben nicht extra uns dahin getimt oder hingepusht für die Grand Prix, sondern haben das aus dem Training heraus gemacht. Deswegen glaube ich schon auch, dass die Chance da ist. Das sollte das Ziel sein, diese Form auch mit in den Winter reinzunehmen. Und die letzten Jahre ist uns dies wirklich gut gelungen. Und ja, ich hoffe mal heuer auch. Jetzt gab es bei den Olympischen Spielen Silber mit dem Team, mal wieder. Das stachelt doch an für die WM-Saison, oder? Naja, wir müssen einfach so lange weiter agieren, bis wir irgendwann mal im Team auch Gold gewinnen. Das ist sicher unser Anspruch. Daher haben wir dann gesagt, so lange macht ihr noch und wenn es bis 2022 ist. Nein, also ich denke, man muss einfach weiterarbeiten. Das ist immer eine verrückte Geschichte mit dem Teambewerben. Wir haben ja im Winter nicht so viele. Dann hat immer zum Höhepunkt der eine. Dann sind im Weltcup meistens nur noch mal ein oder zwei Teambewerbe. Mehr wie drei Teambewerbe stehen ja im Winter nicht an. Und da muss man dann einfach mal die Chance auch nutzen. Und wir werden wieder das Beste geben heuer für Falun. Es ist dann glaube ich in Schonach auch noch Teambewerb. Und auch dort werden wir natürlich versuchen, gutes Heimspiel abzugeben. Und ja, also eines Tages wird es schon mal gelingen. Sie waren selber schon in Falun, haben sich das Stadion angeschaut. Wie sind denn die Strecken und die Schanze einzuschätzen, jetzt auch im Hinblick auf die Leistungen vom deutschen Team? Naja, die Strecken kennen wir. Und auch vom Langlauf her, von den Langlaufweltcups. Sehr schwer da mit den Mörderbacken. Also sehr selektiv. Toll angelegt, weil alles durch Stadien durchgeht. Also sicher extrem zuschauerfreundlich. Also ähnlich wie Oslo. Also das ist ganz toll gelungen. Die Schanzen kennen wir noch nicht. Also es ist so, dass auch im Sommer, wir wollten hochfahren. Leider sind sie nicht fertig geworden. Also vom Lift her und das Spursystem ist leider nicht fertig geworden. Deswegen wird es schon eine gewisse Überraschung werden für uns. Die Kleine ist gesprungen worden letzten Winter, die Große eben noch nicht. Und deswegen müssen wir mal abwarten, was auf uns zukommt. Aber das ist dann für alle gleich. Erik Frenzel, ich habe die Erfolge schon aufgezählt. Jetzt ist er auch zum Champion des Jahres gewählt worden von den besten Sommer- und Winterathleten Deutschlands. Es zeigt eine sehr hohe Wertschätzung, die er von seinen Kollegen erfährt, wahrscheinlich auch im Team. Wie wichtig ist es denn so eine, so einen Vorreiter in der Mannschaft zu haben? Also erst einmal diese, diese Wertung, dieser Champion des Jahres, also beim Club der Besten. Ich glaube, der hat ihn sehr viel bedeutet. Also wirklich Journalisten wählen ist das eine oder auch das Publikum ist das andere. Aber von den Topathleten dann so auserkoren zu werden, das ist denke ich mal schon eine ganz tolle Geschichte für Erik und auch für die Sportart an sich. Das hat ihn schon sehr viel bedeutet. Und für uns ist es natürlich toll, dass wir hier einen Leader haben. Aber wir haben ja nicht nur ihn, wir haben auch den Johannes, der im Sommer da alles abgeräumt hat, der sicherlich heuer wirklich auch unglaublich da motiviert in den Winter reingehen wird. Ich denke, wir sind da auf mehreren Schultern, verteilt sich im Moment die Last in Anführungsstrichen. Aber der Erik hat natürlich mit seinen Erfolgen der letzten Jahre schon einen Status erreicht, den die anderen jetzt nacheifern. Also ein stabiles Team bei den Herren. Jetzt gab es erstmals in Oberstdorf auch einen Wettkampf der Damen, wo auch 40 Athletinnen am Start waren. Welche Entwicklungen können wir uns da in den nächsten Jahren erwarten? Wird es bald auch die nordische Kombination für die Damen geben? Damen waren es weniger, es waren eher Mädchen, muss man sagen. Es waren junge Mädchen mit 11, 12, 13, 14 Jahren. Aber ist als Ladies Nordic Combined natürlich ausgeschrieben worden. Und von der Seite her passt es auch so. War eine Riesenüberraschung auch für uns von der FIS, dass hier zehn Nationen mit knapp 40 Mädchen da am Start waren. Mit dem haben wir so nicht gerechnet. Und jetzt sind wir natürlich aufgefordert, einmal vom Grundsatz her, dieses ganze System auch weiterzuentwickeln. Es wird aller Voraussicht nach auch einen Wettkampf im Winter geben. Und wir müssen jetzt noch im Verband, also im Haus des Schis hier, entscheiden, wie wir uns da weiter positionieren. Es gibt viele Landesverbände oder etliche, wo jetzt da auch schon die Zeichen umgestellt wurden und wirklich Aktivitäten zu sehen sind. Das begrüßen wir sehr. Dennoch wird es eine Zeit lang dauern. Aber grundsätzlich spricht natürlich da nichts dagegen. Das ist die letzte Passion, die ja in Sochi am Start war, wo nur Männer am Start waren und noch keine Damen. Für mich persönlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch hier die Damenwelt die Sportart erobern wird. Also ich denke, das wird sich in den nächsten zwei, vier, sechs Jahren einfach weiterentwickeln. Dürfen wir gespannt sein. Vielen Dank. Bittesehr.